also so viel viel heilprozesse sollten in uns geschehen damit wir diesen transformierten menschen werden kann der neue mensch der wenn ich richtig verstanden habe eine definition davon ist verbunden zu sein mit dieser inneren kraft mit dieser großen dimension mit diesem großen bewusstsein es ist ganz wichtig dass wir diesen frieden und diese neue dimension wollen dieser wille er kommt nicht einfach so es braucht unser wille